Double Batterie habe ich, jetzt brauche ich Quintrubble Empower, ok wir haben noch so wunderbar viele Eisenblöcke, 1, 2, 3, 4 und da brauche ich jetzt dazu Schnee, Knopf, Grau und Cobblestone, 4 Schnee, 4 Schnee, 4 Knöpfe, 1, 2, 3, 4. Triple Empowered, genau 4 Kabel und 4 Graue Farbe, haben wir noch Graue Farbe, nö. Warum das? Und ich brauche 4 Kabel. Ein Dukem hat den Server betrieben, wow interessiert mich nicht. Das ist schon Ewigkeit, naja. Das ist von... Ne, Aufnahme. Aufnahme, ja, aber Aufnahme, da müssen wir uns über sowas unterhalten. Was können wir dann aufs Screen alles machen. Bis die Aufnahme kommt, ist das doch eh schon wieder Geschichte. Ja, trotzdem. Ist doch genauso wie alles andere, was eine Aufnahme nicht zu suchen hat. Jo, ich verballere jetzt erstmal und mal Strom. Warum? Warum hämmerst du eigentlich so auf die Tastatur, das ist übelst laut, vor allem in der Aufnahme. Hämmer. Das hört sich an als richtig mit voller Wucht drauf. Reicht das noch für den dritten? Bitte, 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 bitte. Double Batterien, Hammer, genau, jetzt kommt die Triple Batterie. Eine, die zweite. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, dass ich den Compressor mittlerweile hasse. Und? 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 Taku! Scheiße, ich brauche noch Titanium. Aber ich habe hier nochmal ein paar was hergestellt. Eine Quadruppel Batterie habe ich auch noch nie gehört. Die brauchen wir aber für das nächste Upgrade für den EFAP. Zweimal. Jaja, da bin ich ja jetzt gerade dabei, das zweimal herzustellen. Jetzt brauche ich noch insgesamt acht Titanium. 1, 2, 3, 4. Das kriegtest du aber doch einigermaßen hin, oder? Abgesehen, dass das irre viel Strom frisst. Jaja, ich könnte schon fünf Titanium herstellen. Ich muss nur gucken, in welcher Maschine das am besten gemacht wird. Ad EFAP. Ach, nur als Info der Arc-Firmis steht, er hat nur noch keine Grafit-Ionen, also ist noch nicht einsatzbereit. Ja, im Arc-Firmis könnte ich das herstellen. Dann musst du dir einfach schnell welche herstellen. Oder haben wir einen Industrialschmelzer? Elektrolyse-Dingsbums haben wir. Geht das nicht? Ne, da geht es nicht. Kommt fest? Keine Ahnung. Geht auch nicht. Sonst warte mal, ich mach kurz einfach die Grafikteile. Das wäre gut, weil dann hätten wir schon das erste Upgrade fertig. Ich muss nur kurz den Ofen durchbrennen. Jaja, ich mach so lange wieder den Latex-Tank voll, was wir noch ein bisschen Silikon herstellen können. Kannst du den nicht endlich so bauen, dass wir ihn auch anschließen können? Warum machst du das noch per Hand? Ich hab mir daran gedacht. Äh, wo soll ich denn das Ding bitte hinbauen? Und dann... Hier neben zum Beispiel haben wir in die Wand dran. Und daran setzen wir dann einfach den Holzblock immer. Ähm, das müsste man sogar auch automatisieren können. Wo ist verdammt nochmal mein ganzes Marble hin? Machen wir das so... So... Ähm... Da muss ich jetzt lunzen... So... Moment... Bin ich echt gespannt, ob der auf Anhieb funktioniert. Bei den Ceftech haben wir ein halbes Jahr gebraucht, dass er läuft. Ich muss jetzt Latex und Wasser hier mal tauschen. Äh, da ist Latex drin. Genau. So... Ähm... Wasser da... 4 mal 3... 4 mal 3... 6... 46... Ne... 36, jetzt lade ich. Äh... Die... Oh ich hab die Branch noch. ich brauche von extra utilities die branch sonst macht er den kreuzöl auch mit wasser voll das wollen wir ja nicht auch ist ja easy rote farbe redstone und eisen irgendwo hat man doch noch eine rotblume hast du ein glück ist das jetzt so fertig weil ich da drinnen auch gerade gecraftet hatte keine ahnung ob die papes überhaupt was bringen ich lasse die jetzt weg dann jetzt brauche ich nur noch wieder ein liquid teil flüssigkeit liquid note da gehen wieder vier transfer pips drauf ich habe auch genau vier hergestellt gehabt ich habe ich die habe ich brauche copper elektron tube haben wir noch ich brauche elektron circuit habe ich noch ich brauche zwei eimer und ein reinforced board das haben wir natürlich nicht ich habe noch eisen einen gepäck ich bin so blöd manchmal ehrlige antwort ja ja bist du falls du eisenplatten brauchst ich habe eineinhalb sechs übrig einschmelzen ich könnte wieder einschmelzen aber ja gut ich schmelze einfach wieder ein einschmelzen einschmelzen das hat ja immer so läuft durch hat aber kaum noch energie und das ist erst mal nebensächlich hauptsache es funktioniert und wir können das erstmal durch laufen lassen ja ach so ich brauche noch das teil hier dann kommt jetzt die louis transfer note ähm da raus ich bin mit eversive fertig scheiße ich brauche schon wieder item light also diese leitung von dings wo man diese komischen belts braucht sonst kann ich das latex nicht rauspumpen lassen ich brauche eins zwei drei stück und viere kriegt man immer raus eigentlich bin mit faktorio fertig komplett fertig alle jede fucking quist wo war denn die kacke jetzt ist schon wieder da redstone convert base silikon leder ich brauche schon wieder stahl nuggets da zwei stück leder redstone habe ich noch ähm das 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 wow so okay gucke ich da gucke ich danach so das das ein silikon vier redstone das war doch aber so genau warum hatte der das nicht angenommen so das wird jetzt auch rausgepumpt das war falsch so dann machen wir jetzt einmal das hier hä what ich brauche quintuple batterie leckt mich fett ey da da brauche ich ja dieses hässlichen diaz ich brauche schon wieder das da ich brauche schon wieder black quarts irgendwo habe ich doch noch die dira Komm, mach, 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 sehr schön. So, und jetzt brauche ich Empowered Diamond Crystals nochmal. Oh, Diamanten, 1, 2, 3, da habe ich den Block. Die Dias machte man Clay. 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, wieder da. Hä? Ach, da ist noch was drin. Ah. Ah. Hey. Okay, 4. Und hello. 4x2b. Ah. Na komm, mach fertig, das Gebruzel. Hm, mach Schäde raus, wenn ich das sehe. Warum? Weil ich mich gerade an die Medium Power Cell ein bisschen ran wage. Hehehe. Ach, so schlimm ist sie doch gar nicht. Was glaubst du, warum ich sie nicht machen wollte? Ich habe sie ja von Anfang an schon gesehen. Nur, du machst sie halt nicht. Nee. Ich mach die auch nicht. Noch nicht, ist das richtige Wort. Du hast einen hässlichen Knopf. Hä? Ach, jetzt fehlen die Batterien. Ach, die Batterien, die Dias. Und ich habe das erste Power Upgrade. Jetzt brauche ich noch ein bisschen davon. Das wären wieder zwei Ingots, das ist nice. Ähm, da hat jemand nicht nachgedacht. Bei was? Unsere Wasserquelle ist logischerweise zu, wenn du den da unten hinbaust. Ja, und? Und hol dir Wasser aus dem Tank, der kriegt doch unendlich Wasser. Stimmt. Oh, Darko. Soll ich noch irgendwas dazu sagen? Ich bin altmodisch, das weißt du auch. Dein Gehirn ist eher alt. Nö, das ist noch richtig hoch. Oh, dieses pulverisierte Aluminium. Ganz ehrlich, es gibt noch einen Sack als Nebenprodukt. Das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich erst einmal nicht mehr. Das auch nicht. Das alles hier auch nicht. außer drei Dias. Ja, den Rest habe ich hier noch. Das, das, die 8 Stahl und das Kupferkant rein. Das Silikon da, die Platten da, die da. Der Kabel da. Das da, das da. Die Stahl Nuggets können da rein. Das kann da rein. Das Inva kann da rein. Das Glas kann wieder da rein. Endlich wieder Platz im Inventar. Wir brauchen bald Empty Zellen. Wenn das so weiter geht. Was können wir eigentlich aus dem hässlichen Sautust machen? Ich glaube, das kann man verbrennen, als Brennmaterial verwenden. Und warum machst du das da nicht? Warum sollten wir? Wir haben Kohle. Die wir eigentlich zum Traden nehmen. Ab und vor traden. Was macht der Produkt eigentlich hier? Lol. Hä? Das wollte ich dich eben schon fragen. Wie ist ein... Warst du zwischendrin Dingsbums traden? Nö, schon den ganzen Tag nicht. War ich da nie drin. Ja, ne? Genau. Der dürfte eigentlich... Der kommt nur raus, wenn das Gate offen ist. Und ich war jetzt die letzte Zeit überhaupt nicht mehr dort. Oh, das muss jetzt sein. Ja, ich denke, du stellst immer einen Holzlock dort hin. Wie heißt der Dich? Ich hoffe, der nimmt das Rubberwood auch an. Ja, nimmt das sehr schön. Ne, der nimmt auch nie alles an. Leider Gottes. Äh... Quest erledigt. Warum ich auch immer so ne Scheiß Kenzie kriege, die ich nicht will und brauche. Ach, das Jabba Dabba Dingsbums kannst du später, wenn du Bock hast, auch noch machen. Da gibt es wieder Essenskiste, Essenslootkiste raus. Jabba Wabi... Ach so, das. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal viereinhalb Jahre lang Power Zelt herstellen. Ja... Und ich will jetzt mal was gucken, weil... Beim letzten Mal hat das nicht funktioniert, was ich hier... Dings wollte. Ich stell jetzt noch mal... Ne, ich stell keine Sync her. Ja... Ich teste das mal mit... Eimern. Hallo? So, die habe ich. Ich verstehe dieses Teil nicht. Okay, das ist nicht das Problem. Zwei... Acht... Neun. Kriege ich mal kurz neun Silikon von dir? Äh, ist alles drinnen in der Kiste hier. Ich habe alles da reingeschmissen. Weil ich das vorerst nicht mehr brauche. In welcher Kiste. Wo das Immosive Zeug drin ist. Da ist kein Rubber drinnen. Doch da. Weil im Rubber ist es Silikon. Kein Rubber. Weiß der was ich meine. Ne. Doch. Ne. Geht da jemand grad ne Hexe? Ja, ich wollte die mit dem goldenen Lasso nehmen, aber das geht nicht. Dazu brauche ich das schwarze Lasso. Oh. Oh. Okay. Um. 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 H- Haben wir schon einen Drop of Evil. Was war das denn nochmal? Womit du verseuchte Erde herstellen kannst, wo unendlich Mob Spawn... Achso, ne, nicht das ich wüsste. Warum hast du noch keine Weezerskelette geklatscht? Verrat mir das. Weil ich noch keines gesehen hab. Uh. Aggressions-Charme... Was? Glutoni Charm, Null Charm, Portal Charm, ok, Sleep Charm, Anti Slime Block, Minichest. So Darko, mit dieser Kiste musst du das ganze Projekt auskommen, bitteschön. Warum baust du so einen Schwachsinn? Wie kannst du vor allem wieder zusammen craften? Ich baue die jetzt bei uns hier vorne hin. Warte mal, komm mit. Die sehen auch voll putzig aus. Gibt es da nicht eine etwas größere Variante davon? Nein. Also ich finde die putzig. Aber ich wollte was anderes machen. Moonlight of Spawning, Moonlight of Experience, Timer, Mobfilter, bla bla bla. Ich brauche nochmal ein goldenes Lasso. Und das. Und dann brauche ich einen Drop of Evil. Back of Fold. Alter, brauchst du dir Backpack dafür. Eye of Redstone, was auch immer das macht. Hier mal dieses Teil hier. Aber was bedeutet, was ist das denn hier? Das Holzhammer hier oben. Haben wir einen Grinder von Tech Reburn? Und einen Pulderizer? Ja, hier ist ein Grinder. Perfekt. Andere Frage, hast du noch Grind Diamond zufällig? Nein, habe ich noch nie gehabt. Ich habe bisher immer nur die Nuggets gehabt. Ach und Darko? Ja? Hier dein neues Haus. Ich schaue schon gar nicht hin. Wieso um alles weg? Geh ins Bett, ey. Nö. XP-Bottler. Oh, hier gibt es die Fans wieder. Können wir eine schöne Mobfarm bauen. Ein Healer. Ich würde sogar beraubt, dass das hier ein Projekt ist, bei dem man mal... ...20, bei dem man mal überhaupt keine Mobfarm braucht. Nö, aber... Vielleicht baue ich sie trotzdem irgendwann. 20. So, und weil Darko ja nur am Motzen ist, baue ich jetzt das nächste Gerät. Wo ist es denn hingerutscht? Wo ist es? Da ist es. Das und dann hatte ich doch hier noch was. Haben wir noch Obsidian? Keine Ahnung. Nö. Ach, will ich überhaupt jemals Obsidian? Ja klar. Oh, was ist das? Mysterios Magnet. Okay. Level 1. Sleeping Bag gibt es sogar... Es gibt sogar ein Sleeping Bat. Haben wir Ender Perlen? Warum haben wir keine Ender Perlen? Darko, Ender Perlen. Ender Perlen. Ender Perlen. Weil du sie alle verbraucht hast. Ist mir egal. Jetzt Ender Perlen. Sonst stelle ich das nächste unnötige Zeug auf. Okay, das hast du jetzt. Hier ist dein Bruder. So. Du wolltest es so. Alk, hast du den scheiß Button noch? Nein, der ist hier oben drinne. Und jetzt nicht mehr. Jetzt liegt er davor. Oh ey, ich hasse diesen Compressor-Kabel-Dingsbums. Ich habe dir deinen Bruder zugeworfen. Schenk ich dir. Ich bin doch kein Eckgarianer, du Tollidiot, ey. Ich bin doch kein Eckgarianer, du Tollidiot, ey. Ich bin doch kein Eckgarianer, du Tollidiot, ey. Ike? Ey, dein Bruder... So. Du willst nicht wissen, was es gekostet hat. Nee. Oh ey. Nee, bloß acht Fleisch und eine Kiste. Keine Sorge.